OnePlus meets Hasselblatt? Der Hype um das OnePlus 9 Pro war real und nachfolgend will ich euch nur eine Minute verraten, ob er auch gerechtfertigt war. Willkommen bei NextBits TLDR. Bislang hingen OnePlus seinen Mitstreitern wie Samsung immer in puncto Kamerakualität hinterher. Daher hat sich der Hersteller mit Hasselblatt eine echte Legende aus der Welt der Fotografie ins Boot, ähm, ins Flaggschiff geholt. Nachdem ich das OnePlus 9 Pro für mehrere Wochen getestet habe, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass es deutlich vollkommener wirkt als das OnePlus 8 im letzten Jahr. Allerdings müssen wir der Kamerakooperation ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, die Kamera ist besser als im Vorgänger, aber es ist längst nicht das beste Foto-Handy auf dem Markt. Insbesondere beim Zoom hängt OnePlus noch ziemlich hinterher. Alle Vor- und Nachteile, die ihr genau jetzt im Video seht, führen zu einer Gesamtnote von 4,5 von 5 Sternen. Das OnePlus 9 Pro ist leistungsfähiger als das Galaxy S21, vollkommener als das Mi 11, knackig wie Wiener, äh, ups, falscher Text, es ist billiger als das OPPO Find X3 Pro und den vollständigen Testbericht sowie Reviews zu allen genannten Geräten gibt's auf nextpit.de. 3. 5. 5. 6. 6. Vielen Dank.